Musik Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns auf SkyDefense.co Yo, ich bin Sonny und wir sind immer noch bei Ratchet & Clank Ah ne, die gehen ja gar nicht gut Wir sind jetzt momentan auf der Black-Station Tinkerbell hat uns ja schon mal hier hingeführt Und wir wollen jetzt ein bisschen erstmal uns umgucken Ähm, da oben Warum nicht mehr eigentlich runtergesprungen? Das weiß ich auch nicht so genau Äh, ja, okay Wir haben hier verschiedene... Na, danke Äh, Ausgänge, aber... Ist hier hinten noch was? Mh, nö Äh, okay So Geh mal lang Geh mal hier lang Ich glaub, wir müssen als erstes da lang, ne? Jo Wir gehen als erstes hier lang So Okay Nein, ich will was da haben Ich nehme mal das vorsichtshalber Unseren schönen Flammenwerfer Jo Und zwar Kommen hier gleich diese doofen Frösche runter Äh, ja Ich geh weg Ähm Ich hab den Knopf vergessen, sorry Wir haben sie normal nicht mehr gespielt So Äh Ah, du schießt nicht nach hinten Ich weiß Aber ich schieße Erschieße dich als erstes Ha Ha Versuch's mal mit dem Gettetron Verspötter Erhältlich bei jedem Gettetron Händler Jo, ich weiß Aber ich brauch jetzt mal Energie Das wär mir jetzt erstmal viel wichtiger Ich brauch noch ne Schraube Ne, den Verspötter hab ich aber noch nicht Hier ist aber kein Laden Okay, dann gehen wir mal kurz zum Laden Gehen wir mal wieder zurück Tinkerbell sagt, wir sollen den Verspötter holen Ich wollte da aber einen Schrauben sammeln Da ist er Ähm Da ist er Okay 2500 Oh Gott Okay Nein, Todeshandschuhe wollen wir dann Todeshandschuhe? Hm Ja, wir warten So Ja Halt Meiner wäre ich jetzt da reingerannt Das wäre nicht so gut gewesen, glaube ich Boing Weg ist er So So, aber ich nehm wieder Den hier Mit dem braucht man nämlich wieder gleich Nein Hm Hm So Ähm Wir müssen hier rein được An Nein, nein. Oje, oje, warte mal, wie war das denn? Japp. Ähm, nee. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Oje, 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 oje. Ah, warte mal. Oje, oje. Hä? Ähm, okay, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ähm, Moment, Moment, Moment. Hm. Ähm, mal die beiden. Das ist ja auch falsch. Och Mann, ich konnte das mal so gut. Gut. Ah. Die beiden. Das. Ah, warte mal. Ich hab's geschafft. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. So. Okay. Anledigt. So. Gibt's jetzt hier noch irgendwie noch, ähm, Energie? Energie, Energie, Energie? Das wäre nicht schlecht. Geht? Mhm. Oh, keine Idee kaputt machen. Schade. Die kaputt machen. Ne, keine Idee kaputt machen. Ich will... Ich weiß, dass ich mehr fliegen muss, Morsi. Ich muss hier hoch. Sonst muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verdammt hier. So. Ah, ja, meine Energie. Ja, nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Nicht so übermütig werden. Das wäre gut rettet. So. So, bevor ich den Schwung hacken. Und hopp. Äh, ja, ja, ich weiß. Ja, ich hätte springen sollen. Ey, sag mal, hallo. So, geht weg. Hört, die Farbe. So, jetzt geht's hier weiter. Ähm. Okay, ihr kommt gleich runter. Ah. Ja, kann aber. Kommst du runter? Nee, wenn ich... Erst wenn ich... Ah. Und weg bist du. Sehr schön. Und wenn ich dich kaputt mache, kommst du runter. So, und weg bist du auch. Sehr schön. So. Oh. Na toll, ich wollte gerade wegspringen. Super. Das ist so dunkel. Man sieht hier kaum was. Das ist so dunkel. Das ist so dunkel. Ja. Wusste ich doch. So. 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 Ich wollte aber erst mal die Kröte hier wegmachen, bevor die nicht dann noch irgendwie... Da liegen noch mehr als seine. So. Sei doch. Da liegen nämlich auch noch welche. So. Okay. So, 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 so. So, und weiter geht's im Text hier. Ich seh nichts. Es ist so dunkel. So. Oh, Energie. Sehr schön. Perfekt. So. Oh, ho, 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 ho. Verdammt. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Ey. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Ich habe eins hinzugenäht hier. So. Jetzt dürfen wir aber nichts verpassen hier. Wir müssen uns überall umgucken. Dankeschön. So. Dankeschön. So. Erstmal hier unten alles schön aufräumen. Und diesmal rechtzeitig wegrennen. Oh. Dann nehmen wir die Mutter hier gleich noch mit. So. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Komm ich mal hoch. Ich will da hoch. Ja, dann machst du richtig. Warte mal. Also, ich muss mal so. Ah. Okay. Nino. Das ist gemein. Doch. Äh. Ich will oben bleiben. Du machst eins ganz wuschig. Ja. Doch. Ah. Wir haben nicht einen Goldbolt. Da ist er. Yippie. Hm. Drei Goldbolts waren es hier, glaube ich. Was soll ich denn machen? Sieht man das, wenn ich die Karte aufrufe? Äh. Okay. Schade. Das ist doof. So. Was? Bin. Ja, aber die muss ich erst mal hier erledigen. So. Nein, mach ich auch nicht. Ich wollte nur die erledigen. So, jetzt nehme ich den Verspötter. Ich weiß schon, wie man sie sehen. So. Ja, ich weiß. Ach, schade. Ich so nicht. Ja, aber ich muss ihn richtig treffen. Muss ich jetzt? Bist ruhig. Ich kriege dir noch mal den Mund zu, doch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Okay. He 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 Na? Geschafft! Sehr schön! Alle guten Dinge sind frei So Okay Noch ein Stück? Noch ein Stück? Na? Diesmal sind es vier So Okay So Na? Gibst du mir die? Dankeschön Sehr freundlich Oh je, oh je, oh verdammt, 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 verdammt Oh, ich hab nicht mehr so viel Munition davon Mal mal sehen Äh, ja Ah, verdammt Ich hab das falsch ausgewählt Okay Ähm Ja, ich weiß Geh weg Nein Bin ich nicht Ja, versuch ich ja Mausi Oh, ich bin nicht so schnell Ja Ich weiß, dass ich weg muss Ja Ich weiß Ich muss jetzt mal wissen, wo die ist Okay Ja, Mausi Ich will doch weg Die sind zu nah dran Oh Mann Erstmal müssen die weg hier Oh Mann Verdammt Aber erstmal muss ich die da erledigen Bevor ich einkaufen gehe Oh Die sind doch doof hier Die Viecher Oh Verdammt Ich kann da nicht mehr weg Super Ist doch kacke hier Oh, da ist ja noch einer Oh Mann So Geh ich einkaufen Na Okay Eh Gehst du mal rüber? Was soll das? Jetzt Nehmen wir doch lieber den Todeshandschuh? Ja Würde ich sagen Okay Ja So Sicher Und die Kugel Ja Und die Kugel Ich weiß So War hier nicht noch Irgendwo einer? Ich glaube um, ne? Äh Da oben, ne? Ich glaube hier Wie soll das denn sein? Dunkeln Links Was? Da So So Ne Nee Die ist weg Hier war da auch nur Energiekugel Sehr gemein Okay Okay Ich gehe danach nochmal einkaufen Wenn ich hier fertig bin So Scheiße Die Die ist da weg Kugel Ich habe die aus Versehen doch erwischt Shit Oh Ist er doof So Aber hier ist Es wenigstens noch Na komm So ist es schön Äh Okay Okay Erledigt Okay Schnell die Bolz holen Dann gehe ich nochmal schnell einkaufen Na 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 Bevor mir die Bolz hier verschwinden So Gib sie mir Danke So So Okay Ähm Ähm Dann aufs Neue Okay Okay so okay wir müssen jetzt erstmal ein Partender veranstalten und ich sammle mich dann erstmal und dann geht's aufs Neue in die Arena drückt mir die Daumen bis dann bis dann